hier geht es jetzt weiter oder afris afri heißt das nordafrikanische in den intensivtäter habe ich auch schon mal von gehört schlüsselkarte zum vorratslager ort da würde der drache schon gerne rein und wir müssen da glaube ich sogar rein als heißt dann kommt festlich sagst du namen gesicht ich habe einen helm auf namen gesicht das meine station geweckt ja dann ist die rechte freigeschaltet kras der erste anzug für mich was ich weiß ich sollte in dem jahne ja wäre klug glaube ich der kälte aber ich will später wieder auf meinen n7 anzug wechseln weil sie hat einfach nur ein bisschen fell wie sieht meine aussie von ferrari 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 nehmen wir panzerung oder treffer punkte ich nehme gar nichts gleich die ressourcen lieber nutzer sinnvoll nutzen mir wird gerade gezeigt wie die ortung funktioniert mit b das ja wohl gut das wusste ich vorher nicht das schön dass wir uns das endlich mal sagen ja der chinesen bringt gar nichts soll ich es trotzdem hoch machen kommen nö ich bin halt hier so der magier was was war das dadurch aber hier geht es auch lang hier ist eine küche oh oh guck mal was jetzt zubereitet wird ofenkäse ofenkäse alter käse macaroni ofenkäse toll wir sind hier wieder am anfang soll in die mikrowelle sogar das ist doch ein in deinem zimmer was willst du hier mit einer ja aber mit der ist geil ja wo willst du hin aufzug fahren das hatten wir noch nie ja das komplett neu in diesem spiegel vor allem der aufzug sieht hier genauso aussehen auf dem anderen sonnensystem naja die hat nur denselben architekt ach jetzt doch wir sind wieder beim zahnrad rätsel und erfüllen arsch also kannst du mal bitte sterben glaube ich schon tot also er bewegt sich auf jeden fall gar nicht mehr können wir auf den leiche pinkeln kannst du ja mal deinen anzug ausziehen warum ist dein anzug rot ja ferrari fixer ferrari ferrari abu dhabi oh hä oh mein gott schlag dich durch ach achtung jetzt bei dir naja okay gut so wo müssen wir lang da also gehen wir weg schatz So erstmal heilen Oh Hä Er ist doch tot Ja jetzt schon Ja Eigentlich Hier liegt noch Muni Hinter dir Oh mein Gott Ah ja Teamarbeit man Ja aber hallo Ich hab wieder in die Hose gekackt Cool So Jetzt laufen wir einfach mal im Kreis Ja Hier rechts Das geht nicht Was ist hier rechts Ist da was Ja Ja Oh 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 mein Gott Was ist das Was haben wir gerade eingesammelt Weiß ich nicht Kannst nicht lesen Ich auch nicht Gegnern Hier lang vielleicht noch Hier ist nix Bei dir was Nee gar nix Nee gar nix Ja Eine Sache haben wir gefunden Ich glaube nicht dass wir uns noch mal in den Arsch schieben wollen Ja so wie bei minecraft Ja Da lassen sich einige Leute was in den Arsch schieben und dass ich nicht dazu gehöre Nö 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 Lässt ihr das rektal einführen Das stimmt nicht Verbreitet das wieder mal nur lügen Am Ende glauben die Leute das noch Es lagern Ja den hast du schon mal Ja haben wir nicht schon genug von Wir brauchen wenn Brauchen wir jeden kern auch nur zweimal maximal Naja das ist richtig Ach echt Sieht gar nicht danach aus Ich dachte hier wäre super wetter Also sieht auf jeden fall aus wie das wetter in deutschland Ja Im sommer Vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben aber Ja es ist ein bisschen zu wenig Hört sich auf jeden fall nicht gut an von der Musik Heilen Okay Alles gut Oh 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 Achst man Hinter mir auch Ja weil hier ist ganz viel staff Alter was sind ja alles Alter Alter Ähm Weißt du was das vielleicht andeuten könnte Nö Bosskampf Quatsch Das glaube ich nicht Weiß nicht Warum sollten wir uns so viel auf einmal in den Arsch drücken Ja vielleicht stehen die da drauf Ähm Ja man weiß ja nicht Manche Leute haben Fetische Die muss man akzeptieren Also der Bauer von diesem Spiel Ja der eine Architekt der der so kreativ ist Der Architekt Der Architekt Oh Du bist zu fett für die Brücke Ich wieg doch nur 160 Kilo wie sagen kann es sein Oh hier ist noch was Runter Nee hier Oh Ich sag ja du bist zu fett Kletter doch Kletter doch hoch Oh 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 Quicktime Quicktime Ich glaube ich muss mir mal dieses Truinen Geräusch da und das hätt schon wieder gefasst Nee ich glaube du musst einfach abnehmen Nee Oh Quicktime Eigentlich könnte ich jetzt doch Kacke sein und weggehen Ich müsste dich nicht rausholen Achso Ja Okay Wenn du so einer bist Ja dann fick dich Lösch dich bitte Danke Ja Danke Willem Oh Geht auf jeden Fall schick aus Sicher dass sie hier rein müssen Ja Okay Das Zeug Oh Kleines Mistvieh Oh das sieht nach einer großen Kiste aus Oh das sieht nach einer großen Kiste aus So schnell Okay Du heilst dich nicht Sein Sie leise Hier ist schon so ein großes Gebiet Komm ich fass dir Ich hab die Leichen mitgenommen für dich Wir werden sicher nicht durch die Vordertür reingehen Gar nicht wahr Oh Lügner Lügenlord Lügenwand war Hallo Hallo Hier sind Kisten Hier ist nichts Da hinten vielleicht Da leuchtet Da leuchtet Ah ein Aufzug Ja geil Noch nie gehabt Oh Okay Hey Damit eins klar ist klar Wir kamen zu diesem zugefrorenen Scheißhaus um die Marker zu stoppen Und nichts Weder Sie noch Ihre Besessenheit von Allie kommen mir in die Quere Kapiert Ich weiß wofür ich das tun Ihr auch Bringen wir den Aufzug wieder zum Laufen Mit etwas Glück Warten die anderen hinter den Turmen auf uns Warum machen die nicht einfach auf? Ja weiß ich auch nicht Hier ist eine Bank übrigens Oh jawoll Anzugstation auch Spinch Kompakter Standard Rahmen Tesla Kern Stase Beschichtung Geil Und beide Bots sind zurückgekommen Handwaffe Zur medizinischen Hilfe Aha Boah mir fehlt nur noch extrem Also eigentlich nur noch 300 Wolfern Das ist viel Aber extrem wenig Halbleiter fehlen mir noch Hm Also den Kompressor Tue ich schon mal wieder raus Ich sehe Denen nicht so für sinnvoll an Ich habe das sogar dabei Ja Er schafft eine Mine mit Zeitzünder Oh Mit Diffraktionsring kannst du eine Brandgranate machen Oh Mit Schwebefeld kannst du einen Raketenwerfer machen Hm Was haben wir hier noch Achso Verwachungslade Also ich finde den Kompressor eigentlich ganz gut Ich finde den auf dem Dings halt nicht gut Oh Explosionsmodul habe ich jetzt Was ist immer jetzt die Projektile mit einer sehr dünnen Stase Schicht Dann geht meine Pumpgun halt weg wenn ich noch ein Explosionsmodul dran mache Weiß ja nicht Hm Nee Ich lasse meine Pumpgun so wie sie ist Es bleibt alles so wie es hier ist Und es wird sich hier nichts dran rütteln Egal ob du hier bist und nicht Ja Würde ich jetzt auch so sagen Ja So was kann die andere Waffe Tasma Kern Tesla Kern Militär Antrieb Machen wir mal einen Tesla Kern rein Achso der kann nicht so viel Elektrische Schweißen Revolver Wirds auch nicht sein Konnte auch nicht Nee Dennoch Für Tools Neumobrenner Ripcore 100 Wolfram Wo soll ich das denn bitte hernehmen Ja ich höre ich hab 340 Ehmann Schichtmodul braucht kein Schwein Komm ich probier mal den Tesla Kern Auch wenn das keine Spitze hat Das finde ich nicht spitze Ich frage mich ja weil hier jetzt ja eine Anzugsstation ist Ob das wohl ob wir wieder auf den normalen Anzüge wechseln können Vielleicht wenn wir drinnen sind Aber ich bin unsicher Kann ich dir nichts sagen Ja ich warte auch noch lieber ab Bei der nächsten Station sag ich mal gehe ich wieder Aber jetzt noch nicht So los Robo Und du auch Los Robo Setz dir doch Warum kann ich dich nicht setzen Ich kann nicht hoch Jetzt So Beide Roboter gesetzt Auch geht's Ach die wollen reden ne Oder Doch Du siehst aus wie Ant-Man alle Du bist wieder zu schwer gewesen Oha Drachenlord hat sein Hint-Time-Monster auf uns geht Ja Ja Alter Warum siehst du aus wie Ant-Man Oh scheiße Oh Scheiße Das ist ja ein Boss Wer ist das? Wer aus dem Drachengabe ist das? Oh scheiße Dorian Es ist Dorian Oh nein Aua Schieß einfach mit den Raketen auf Wow Dorian hat mich gelöscht Einfach schießen Wow Nein Er lebt noch Muss in den Knast Nein Nicht getroffen Dorian Gibt's doch noch nicht im Knast Drei Rein Rein Waffe wechseln Da hinten So jetzt ist das Maschinengewehr aber ganz wittlich Du musst deinen Pferdeschwanz abschießen Verdammt 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 Nachladen Aua Oh ich bin fast tot Oh scheiße Klick 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 Dorian hat mich erwischt Dorian hat ein Video über mich gemacht Oh ich muss nachladen Oh Abgefickt Ich glaube ein Pferdeschwanz ist ab Kann das sein? Ich setze mal hier so einen Roboter gerade So einen Ressourcenroboter Toll Hast du gut gemacht Oh ich wusste nicht dass ich dann sterbe Hauptsache mal so einen scheiß Roboter setzen Oh Zurück im Kampf Das ist mein Kampf Oh das ist ein Fortschritt Der Dorian hat direkt einen Pferdeschwanz Und das heißt wir haben nicht mehr den kompletten Kampf wiederholen müssen Oh ich muss mich schielen Ich verteidige dich Ich sehe nicht Auch wenn das nicht geht Du musst auf seinen Pferdeschwanz schießen Kannst du auch zur Seite rollen ne Denk dran Ja ich weiß Aber ich denke da nie dran Ich hab ihn Abgetrennt Kann es sein dass das sogar das Ziel ist Dass wir die Dinger abtrennen müssen Ja was denn so Oh man Deswegen ist es ja Dorian Zur Seite rollen Zur Seite rollen Ich sehe ihn nicht Ich muss nachladen Ich hab irgendwie in einer Waffe schon keine Muni mehr ne Du schießt einfach die ganze Zeit meine Granat Oh was Was ist denn los mit dir Ich hatte volles Leben übrigens Wow Deswegen hab ich Panzerung geskillt Ich glaube ich hab sogar auch Panzerung auf zwei Stufen schon geskillt Au Ich hab mich grad selbst mit dem Krassnachtwerfer getroffen man Oh scheiße nachladen Wir müssen ja nicht mehr permanent schießen Wir müssen wirklich nur schießen Wenn Dorian seinen Pferdenschwanz da raushaut Ah der Der will auf mich Ich rolle mich die ganze Zeit Das heißt man kann eigentlich ziemlich viel Munition sparen Wenn man nicht die Kamerl entschießt Oh Nachladen Oh oh Ich glaub wir haben Dorian hart getroffen Eieieieiei Oh der nächste Pferdenschwanz ist weg Oh 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 Kann man das Ding eigentlich auf Stasen Oh Gut Gut das zu wissen Jetzt Schieß So auf die Pferdenschwänze Aber die Stasen geht relativ kurz da Hä Wo ist das hin Es hat sich zurückgezogen auf Lachschon Er will noch nicht in den Knast Er flüchtet auf Lachschon CSI Spandau hinterher Warum Spandau Ich weiß nicht Ich habe wirklich jetzt gerade wieder im Kampf den Roboter gesetzt ne Super Ich meine ja nicht Wenn Wär es GSG Spandau vor allem Ich glaub ich hab grad CSI Ams Ich mit GSG Spandau gekreuzt Wir brauchen Muni dringend Also ich hab gut Muni Will ich nicht Mal gucken Ich hab noch was Über 60 Muni Ja ich hab Soll ich dir was droppen vielleicht Nö 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 Keine Sorge Ich schaff das schon Geht euch allen gut Oh was Was ist das denn Wir sind in der Kommandozentrale Wir kommen so schnell wie können Was sind wir denn hier Äh Ich weiß es nicht Rahmen Schwerer Standardrahmen Schwerer Standardrahmen Davon haben wir doch bestimmt auch schon mehr als 2 Sicher? Ich glaub schon Da will ich nicht lagen wenn da ne Leiter ist Ja Das denk ich mal Hier ist was Impulsgewehr Oje alter Ne ganze Waffe Textlock Ne nur ein Rezept Natürlich Und ein Artefakt Oh Das war's Geil Hat sich aber gelohnt Dafür dass man nur ne Leiter holen musste Ja Zack Keep calm Ne keep clear Ok Ok Weitere 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 Vielen Dank.